hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von mein woche 80 mit mir dem jan jetzt werde ich hier weitermachen in der letzten folge habe ich ein bisschen gesammelt habe neue höhle gefunden werde jetzt gucken ob ich hieraus glas machen kann hab ich noch kohle ja ja Okay. Das Holz wird mir nicht reichen. 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 Das reicht nicht. Das Holz wird mir nicht reichen. 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 Was ist das für eine Musik. Das Holz wird mir nicht reichen. 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 Ich muss Stein holen. Ich muss Stein holen. Sand brauche ich auch noch mehr. Kakteen muss ich ja noch mit Abstand bauen, ich weiß gar nicht ob das überhaupt geht. Ich weiß auch nicht wofür ich das brauche, Kakteen. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht. Nee, geht gar nicht. Wieso ist das Zuckerrohr so riesig? Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht. So. Kakao hängt überall Kakao hängt überall Ich überlege hier Steinstufen hinzumachen Ich glaube das mache ich auch Reicht nicht Ich bin Das war's für heute. Dann brauche ich jetzt noch mal mehr Eichenholz. Das war's für heute. So... 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Weiß was? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 So am Weg. 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 So am Weg.